Herzlich willkommen Leute zu einem besonderen, ja, Event, Anlass, keine Ahnung wie man es nennen möchte, Conor Ghost Level 100, alter, los geht's. Conor Ghost Level 100, manchmal kann ich meinen eigenen Stuss nicht mehr hören. So, wir sind sage und schreibe 6779 XP-Punkte entfernt Level 100 zu schaffen und ich möchte euch natürlich mitnehmen bei diesem unfassbar glorreichen Moment der Überschreitung von Level 100. Es ist nicht zu fassen, ich weiß, jetzt kommen wieder alle an hier, von wegen, warum mache ich so wenig Raid-Siege, weil ich eine faule Bazille bin, verstehst du? So, Level 100, mein Verteidigungsteam hat Stärke 6760, was in der heutigen Zeit, man muss es leider so sagen, nichts mehr wert ist. Ja, also 6760 ist in dem Bereich, wo wir spielen, wir sind aktuell Platz 18 in den Allianzen, äh, schwach. Das muss man, äh, leider so sagen. Eine Zeit lang zwischendurch, vor drei, vier Monaten, war ich tatsächlich, weil ich, äh, die Defensive, äh, so schnell wie es ging, gealpha-braked habe, war ich richtig gut vorne mit dabei bei uns. Jetzt bin ich mittlerweile eine Nachtjacke mit 6760, aber ich kann's nicht ändern. Wenn nicht die passenden Helden kommen, dann kommen sie nicht. So, besiegte Titan, 1663, unfassbar. Festigungslevel, wer hätte es gedacht, 25. Höchste Kombo, 21, keine Ahnung, ob das viel ist. Ja, haut's gerne in die Kommentare, bis da voll abgefahrene Sachen gibt. Meiste Trophäen, 3372. Ich weiß, mittlerweile schießen wir ja auch über die 4000 drüber. Also, ich nicht, aber andere. Ähm, ich hab's aber auch nie drauf angelegt, wirklich mal zu gucken, was da so geht. Längste Rate, Siegesserie, 45. Ich gehe davon aus, dass das wenig ist. Ich glaube, da können viele viel mehr. Ja, ähm, hat aber einfach damit zu tun, dass ich auch nie geguckt habe, äh, was wir da so machen können, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, man kann ja nicht sehen, wie oft man schon gemacht hat. Also, wann fängt man dann jetzt an, ja. Keine Ahnung. Vielleicht mach ich da irgendwann mal eine Challenge draus. Könnte man vielleicht mal machen. Beendete Titantreffer, 122. Unglaublich, ja. Und der höchste Titanschaden mit 338.000. Man muss dazu sagen, dass diese Zahl wahrscheinlich jetzt mit Gastille relativ, ich nenne es mal, einfach nach oben getrieben werden könnte. Äh, aber die Titanen, diese unfassbar krassen 14 Sterne, sind einfach zu wach. Ja, hier darf man einfach nicht ausrasten, weil sonst kriegt hier keiner was ab. Das ist natürlich, äh, blöd, ne. Ja, so, wir wollen Level 100 schaffen. Wollen mal gucken, was uns dieses monströse Spiel dafür gibt. Mal gucken, haben wir ein paar Dinger da, ja. Wir werden mit Beutetickets über die Punkte drüber schießen. Warum? Weil, flackert da meine Lampe hier schon wieder so. Scheißdreck. Ähm, wir werden drüber schießen und nicht genau diese 6.000 noch was machen, sondern wir schießen drüber, damit wir noch das mitnehmen, was hier drüber ist, ja. Es ist ja gerade Atlantis und, äh, demzufolge werden wir das auch da machen. Ich muss Astral-Elfen heute noch spielen. Also heute und morgen. Da wird dann danach die Weltenergie, äh, reingebraten. Ich mach immer in schwer, wenn ich Beutetickets nehme, 1,9. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich's im Autoplay laufen lasse. Ich weiß, da gibt's verschiedene Meinungen. Mach ich immer 1,1 in normal, weil nur drei Wellen und geht schneller. Äh, ich weiß, hier gibt's zwischendurch auch nochmal andere Dreier. Ja, ich hab hier ne sehr gute Quote, muss ich sagen. Also, für mich ne sehr gute Quote, ja. Also, ich hab aktuell nicht, aber ich hab, äh, früher mal, wo es mir noch, noch deutlich wichtiger war mit Atlantis, hab ich, äh, äh, Buch geführt, ja. Und das, was ich quasi Buch geführt hatte, ist hier am meisten rausgekommen. Ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, vier Rucksäcke weniger, mehr sind da, das, äh, tangiert mich jetzt tatsächlich nicht ganz so. So, so. Und wir wollen jetzt natürlich hier über die 6.000 Punkte drüber schießen. Wir knallen neuen Beutetickets raus. Wir gehen jetzt, äh, on air in Level 100 rein. Äh, on believable. 49 Rucksäcke. Die nehmen wir mit. Gibt's dann ohne Münzen. Drei Stück. Bin begeistert. Toller Typ. Ja, Truppenjab's auch. So, du hast Level 100 erreicht. 68 Weltenergie jetzt, 10 Diamanten und eine silberne Scheißmünze. Bam. Uh. Glückwunsch. Du hast Erfahrungslevel 100 erreicht. Du erhältst diese einzigartige Avatar-Belohnung für dein Engagement, das du für Empires und Parsels gezeigt hast. Ich bin einfach so verliebt. Diesen Avatar hab ich mir schon immer gewünscht. Für meine glorreichen Jahre, die ich dieses Spiel spiele, mit glorreichen Content, den ich hier fabriziere, hätte ich mir nichts Schöneres träumen lassen, als dieses Kackgesicht zu bekommen. Toll. War's das? Es ist nichts weiter da. Sehr traurig. So. Wenn man Level 100 erreicht hat, muss man circa 4,1 Millionen XP-Punkte sammeln, um das nächste Level zu erreichen. Das ist, man muss das wirklich so sagen, das dauert schon ganz schön, ne? Also wenn du jetzt hier so völlig austickst, dann mag das alles auch schneller gehen. Ähm. Rein von Farmen her per se mach ich's nicht mehr so intensiv wie zu Anfangszeiten. Das muss man ganz klar so sagen. Weil man sich einen guten Stand aufgebaut hat. Das ist nicht so tragisch. Ja, was kommt als nächstes, ne? Wahrscheinlich Level 101. Wer hätte es gedacht? Ähm. Wer weiß. Vielleicht schaffen wir die 200. Irgendwann mal. Vielleicht die 150. Irgendwann mal. Ich glaube, dass, äh. Wer war denn das gewesen? Nisra oder so? Irgendeiner hat doch hier schon Level 200 erreicht gehabt. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich bin der Meinung, dass es hier schon einen gab. Und auch in einem Forum ich das gesehen habe, dass einer schon, ja, wie ich hier so sehe, ne? Level, achso, 149, sorry. Ich hab gesagt 49. Hier, 190 ist natürlich auch schon deftig, wahr? Ja, auch schon deftig. Ja, gibt's jedenfalls bestimmt. Seh gerade nicht. Die 100 ist ja mittlerweile wirklich von vielen schon geknackt, ne? Und ich sag mal so, wenn man sieht, vier Millionen brauche ich von 100 auf 101, dann weißt du, was du für 107 alleine machen musst, ne? Ähm. Ich seh das ja so, es kommt Stück für Stück. Wir werden sehen und herausfinden, was uns alles noch erwartet. Ähm. Ich bleibe dabei, dass ein ganz großer, ähm, Batzen an Scheiße auf uns zukommt, wenn es die Drachen geben wird. Ich glaube, äh, weiterhin daran, dass das, äh, fürs Spiel nicht gut ist. Sag ich mal so, ja? Ich seh das als nicht gut. Ich glaube, dass es einiges verändern wird. Ich glaube, dass es spielertechnisch einiges verändern wird. Und, äh, von daher weiß man nicht, ob man Level 200 erreicht. Aber, es soll ja ein Freude-Video sein und nicht irgendwie ein Abschiedszalm, denn ich hab nicht vor, äh, heute aufzuhören. Wir haben Level 100 erreicht. Das ist halt so ne coole, krasse Marke, weil man jetzt halt die 100 hat. Äh, sieht einfach geil aus, ja? Als Belohnung war das natürlich, äh, ein Witz, ja? Da hätte man ruhig mal, so, als wenn man auch irgendeine, naja, so eine Season durchgespielt hat, mal ein paar krasse Aufstiegsmaterialien raushauen können. war aber leider nicht der Fall. Ja, demzufolge Level 100. Teamtechnisch, wenn man's mal so betrachtet, ähm, hab ich sicherlich Bedarf. Und wenn ich sehe, was bei mir in der Allianz so los ist, bin ich da auch abgerutscht, ja? Ja, aber mehr als, äh, beschwören per se kann man erst mal nicht. Und ich sehe auch nicht ein, jedes Portal zu beschwören. Das macht keinen Sinn. Das ist, äh, genauso wie mit dem Portal hier. Das klingt alles mega cool. Äh, über den ich mich am meisten freuen würde, wäre das Vieh hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Held kommt, gering. Da ich viele Kostüme nicht habe, würden mich natürlich auch diverse, naja, Anubis vielleicht nicht, aber diverse Kostüme hier auch weiterbringen. Ähm, aber auch da die Wahrscheinlichkeit, dass die nun ausgerechnet kommen. Hm. Von daher, ähm, bin ich mir da nicht schlüssig. Ihr seht, ich war heute noch nicht wirklich aktiv gewesen, obwohl Atlantis ist. Das heißt, es geht jetzt quasi los, ne? Werbung gucken, und, 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 äh, und dann bei Atlantis farmen, Astral-Elfen spielen, bla, 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 bla. Was man halt so machen muss im Alltag, ne? Und, ja, das war Level 100. Ich dachte mir, komm, Mensch, hier, ich find das witzig. Machen wir mal so, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, und wir hoffen natürlich auf viele weitere Level, die wir gemeinsam, äh, erobern können. Gerade für diejenigen, die mich gerne gucken, und nicht nur, weil ich verliere. Ähm, und, ja, von daher, bis zu den nächsten 100. Macht's gut. Ciao.